Heo Rockstars, willkommen zum vierten Part dieser, nennen wir es, nervigen Mission. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn es euch gefällt. Bewertung wird mich freuen. Und nun genießt die Show. Darf ich jetzt wieder alles von vorne machen, oder was? Okay, ab den Dominions. Ich hoffe, es bleibt bei zwei Wellen. Scheiße, treibt wieder auf null Energie runter. Holy moly, ey. Kommen wir hier noch ein bisschen ab. Das war ein bisschen useless. Und ey, von hinten. So schnell müsste die Kamera sich immer drehen. Da habe ich nicht so viele Probleme, dass ich irgendwo gegenknalle. Okay, meine Super ist wieder voll. Die ist zwar ein bisschen useless, aber... Ich kann sie auf jeden Fall nutzen, um wieder voll Energie zu haben. Gute Abschüsse, Freelancer. Sie sind selbst auch nicht schlecht gewesen. Ich freue mich ja so, dass wir alle so... Ja, ihr seid nicht schlecht gewesen. Ihr lag zwar nur am Boden, habt nichts gemacht, aber hey, das habt ihr echt gut gemacht. Zurück im Geschäft. Wobei, ich glaube, dieses Video muss ich extrem schneiden. Wirklich extrem. Das wird jetzt eine XXL-Folge. Äh, hallo? Hatte der kein Schild mehr? Warum hat er sich versteckt? Warum backelst du eigentlich mal so? Spring doch einfach, wenn ich da sage, dass du springen sollst. Ey, ohne Scheiß. Ein Biss, keine Energie mehr. Mein Charakter ist komplett unterlevelt, aber man kann es übertreiben. Ich hatte gerade irgendwie die Hoffnung, dass ich da schon Energie kriege, aber... Oder halt nur Sammelkram. Die Hunde kommen auch nicht hier runter, ne? Dass ich mal anlocken könnte. Jetzt shoppen, der Storm mich auch. Ich muss die echt hierher locken. Also in die reinlaufen, besser gesagt. Das ist ja eigentlich kein Locken. Einfach hoffen, dass die mich nicht instant killen können. Okay, was ist jetzt effekt... Scheiß, traue ich mir das einfach aus. Ich wollte gerade gucken, was effektiver draufschießen oder Nachkampf, aber... Einfach mal reindunzen. Ist der eine jetzt tot hier? Das wird echt lange dauern mit... Ja, danke. Danke dafür, Alblali. Ey. Warte mal, den muss ich erwischen. Der kann einfrieren. Komm, komm, komm. Komm schon, verreck, englisch. Gut. Da ist mal so ein Frostwurzi. Ich hoffe, dass die Munition mir nicht ausgeht. Und wieder eingefroren. Der macht zum Glück nix. Diesmal bin ich echt froh, dass er nix macht. Komm schon. Nicht einfrieren. Nicht einfrieren. Ich hoffe, die Munition reicht noch aus, ey. Bei dem habe ich ein bisschen Schiss, weil wenn der mich einfriert, meine Ohrfeier gibt, bin ich tot. Aber es hat gut geklappt. Ich habe auch was Nielandes bekommen. Habe ich mir gefühlt auch irgendwie verdient. Die Hörter auf zu schießen, Mensch. Ich mache doch schon kaum Schaden, weil die reichen dir das nicht. Ne. Das riskiere ich diesmal nicht. Ich hau ab. Ich werde das aufladen. Und weiter geht's. Okay, Hündchen. Wenn die mal herkommen würdet. Scheiß Storm. Komm, ich brauche ein bisschen Munition. Haube Hilfe! Die sind zäh, das muss man ihnen lassen. Wir schaffen das. Wie lautet nochmal ihr Motto, Freelancer? Gemeinsam stärker? Genau das meine ich. Heißt es nicht alleine stark, gemeinsam stärker? Na gut, egal. Wir Dominion-Streitkräfte. Wir haben zwei Furien dabei. Die sehen richtig fies aus. Furien. Lassen Sie sich nicht flankieren. Hören Sie auf den Freelancer. Furien sind eigentlich gar nicht so stark. Aber mit der Klasse... Oh, ich weiß nicht. Die können schießen? Echt jetzt? Ich dachte, Furien haben nur einen Nahkampf. Jetzt dieser Ball. Ich glaube, die andere hat mich jetzt getötet. Oh, kacke. Oh, ich... Zum Glück nur die Furien, ey. Ich glaube, ich muss wieder alles von vorne machen. Ich bin fast erledigt. Okay, Shit is down. Ich bin fast down. Anstatt der gleich die Waffe wechselt. Will er auch nicht. Okay, das sind Zielsuchgeschosse. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, wie ich die Easy weghauen soll. Ich muss die echt links geschultert lassen. Weil ich halt nur die rechte Schulter gucke. Okay, Anfängerfehler. Ich habe die anderen nicht im Auge behalten. Ich hole mal volle Energie. Also ich hätte vielleicht das Schildfeuer wegschießen sollen, aber... Na gut, dann holst du sich ja diesen Ball. Wo ich auch nicht weiß, was der richtig gut sein soll. Ging wieder super, kriege ich den Ball nicht kaputt. Oder der Ball ging gerade kaputt durch die Super. Ich weiß es nicht. Ich schaue lieber ab. Ach. Warum ist er jetzt in den Boden eingeschlagen? Boah. Ich brauche auf jeden Fall viel, viel mehr Ausrüstung hier. Das Ding ist komplett untervögelt, ey. Jetzt habe ich wieder die falsche Waffe ausgerüstet. Also aus dem Ball kann ich auf jeden Fall rausschießen. Und ich kann hier kein Damage machen. Alter. Löst sich der Ball auch nochmal auf? Oder bleibt er jetzt da, bis ich ihn zerschieße? Wenn er da bleiben würde, könnte ich die andere Furie auf die andere Seite der Map locken? Oder mich halt wenigstens erstmal um die kümmern, weil wenn die eh im Ball bleibt, dann scheiß ich auf die. Dann mache ich erstmal die eine fertig und dann die andere. Ja, wo ist die denn jetzt? Warum hänge ich denn da? Spawnt sie sich in mich rein, oder was? Okay, ich muss auf jeden Fall diese roten Punkte da treffen. Alles andere macht keinen Schaden. Kann ich den da treffen? Das macht zu wenig Damage. Der Winkel ist echt kacke. Auf jeden Fall ist dieser Ball auch ihr Schild. Weil ich den Ball zerstört habe, ist ihr Schild weg. Hey, hallo Energieanzeige? Oh, fuck, 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 fuck. Das könnte fast, oder? Ja, könnte fast funktionieren. Ich lasse auf jeden Fall mein Schild aufladen. Nee. Da mache ich kein Damage. Ja, links ist halt kacke, weil ich die Schulter nicht wechseln kann. Komm schon, Schild, lad dich auf. Ich muss halt echt bei jedem Feuerstoß von der abhauen. Weil der Charakter hier nichts, wirklich nichts aushält. Nettes war jetzt ein Treffer. Mein Schild ist fast aufgebraucht. Jetzt habe ich nur auf meine Energie geguckt und gar nicht gesehen, dass ich gar nicht getroffen habe. Komm schon. Ex-Waffe, dankeschön. Also bei der Schroffende treffe ich irgendwie voll schlecht. Ich weiß auch nicht. Okay, wenn die sich portet, muss ich auf jeden Fall Ausweichen drücken. Okay, das ist perfekt. Das ist jetzt wirklich perfekt. Jetzt liegt es mal perfekt und ich bin leer geschossen. Das heißt, kurz abwarten, Ding zerschießen, Munition holen, Waffe wechseln und wieder draufhauen. Komm schon. Zack, zack. Nochmal, ey. Ist die andere jetzt da? Oder wo muss ich gerade Damage bekommen? Komm schon, komm schon, komm schon. Ich bin auf jeden Fall auf der falschen Deckung geil. Ach, ich muss dahinter. Ich habe eigentlich gehofft, die trifft mich so nicht. Und schon wieder der Scheißball. Ach, kacke. Also mit dem letzten Millimeter, ich tue mich da echt schwer gerade. Ich weiß auch nicht, wieso. Und schon wieder hat sie es überschillt. Wieder, warte mal, war da nicht? Ja, da war was. Komm schon. Puh, wieder Munition, ey. Ich mach das so. Die Waffe nachladen. Dann das Scheiß über... Das regeneriert sich natürlich auch richtig schnell. Waffe wechseln und reinnutzen. Puh. Das macht die Sache doch gleich einfacher. Also ich denke, Kolossus, ne? Ich habe die so easy weggeklatscht. Aber hier... Ich bin komplett unterlevelt. Ey, das... Puh. Dauert echt ewig. Mal gucken, vielleicht können die drei mir ja helfen. Wäre eigentlich schon ziemlich nice. Aber der liegt natürlich so kacke. Da ich den nicht revipen kann. Egal. Ich mach's jetzt wie eben. Das Schild runterschießen. Und dann hole ich die Furie weg. Die hat eingefroren. Oder versucht wenigstens. Ja, ja, du. Ich brauche noch mehr Hilfe als du. Ey, schießen. Bleib mal neben mir hängen. Oh, einfach erstmal abhauen. Einfach abhauen. Ich mach das so. Ich bin runtergesprungen. Komm schon. Schild trainiert sich doch. Vielleicht krieg ich die ja kaputt. Das war ja. Ja, aber er liegt perfekt. Okay, ich hab am anderen zehn Schuss im Magazin. Das waren dann alle. Wir haben es geschafft. Happy Birthday. Auf jeden Fall. Wenn euch diese intense Folge gefallen hat, zeig's mit dem Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut draußen, bleibt geschmeidig. Peace. Freelancer, sie sind gekommen. Das lasse ich mir doch um nichts entgehen. Im Zuge der Freelancer-Sentinel-Kooperation gehen die Drinks heute Nacht auf Sentinel Brim. Auch wenn sie immer nur ein Glas tritt. Mäßigung, Barr. Eines Tages werden sie das auch noch lernen. Wie läuft das jetzt ab? Wir sind nur hier, um ein bisschen zu relaxen und derer zu gedenken, die uns verlassen haben. Um sie zu feiern. Freelancer haben doch bestimmt ähnliche Rituale. Ich glaube, das gilt für die meisten, Lancer. Wir stellen uns denselben Bedrohungen, kämpfen dieselben Schlachten. Vergießen dasselbe Blut. Wenn wir da rausgehen, dann machen wir das für alle. Auf die Sentinels, die vor uns kamen und die, die nach uns folgen werden. Auf die, die das größte Opfer gebracht haben. Auf die besten Lancer, mit denen dieser Freelancer je zusammengearbeitet hat. Nicht das traditionelle Ende auf unsere Ode an die Gefallenen, aber es gefällt mir. Weiter so mit den guten Ideen, Bryn. Ich versuch's. Bevor ich's vergesse. Ich bin froh, dass wir uns kennengelernt haben. Passen Sie auf sich auf, Bryn. Sie haben sich das verdient. Bleiben Sie wachsam, Freelancer.